Hello Peoples, hier ist mal wieder euer Inglourious Film Nerd und wir machen hier in der zweiten Folge schon mal was ganz Specialliges, denn das ist jetzt hier so eine Art Reaction, geil, noch nie eine Reaction gemacht, denn Letterboxd hat mal wieder ihr Year in Review rausgebracht und das ist tatsächlich jedes Jahr ein Highlight für mich. Immer wenn das Jahr losgeht, weiß ich, okay, das erste Highlight ist das Letterboxd Year in Review und da werten die immer ihre Statistiken aus für das Jahr, was waren die bestbewertesten Filme und da teilen das in viele schöne Kategorien und ich finde das mega interessant und mir macht das immer mega Spaß, mir das alles ganz genau anzugucken und da habe ich gedacht, dann könnt ihr mir ja auch dabei zugucken, wie ich mir das angucke. Ihr könnt euch das natürlich aber auch selber angucken, das ist nämlich auch kostenlos einsehbar auf Letterboxd.com oder ihr guckt euch das jetzt hier mit mir zusammen an und ich werde das mal mir alles genau ansehen und hier sehen wir auch schon das Titelblatt sozusagen, finde ich auch immer sehr cool gedesignt und tatsächlich benutze ich das auch immer eine Zeit lang als Hintergrundbild, dann speichere ich das hier irgendwo ab, muss mein Desktop, erstmal wo hin. Ja und jetzt, ich habe mir gedacht, ich mache eine witzige Sache, das so zum Lachen ist, ich werde mir jetzt raten, was auf Platz 1 ist. Es geht nämlich mal immer los eigentlich schon mit der wichtigsten Kategorie, nämlich dem bestbewertesten Film des Jahres 2023, also natürlich auch Filme, die in dem Jahr rausgekommen sind und letztes Jahr war es ultra einfach, es war klar, dass es Everything, Everywhere, All at Once ist und auch zum Beispiel in dem Jahr als Parasite rauskam, war das auch klar, weil da hat man schon überall mitgekriegt, das gehört zu den bestbewertesten Filmen auf ganz Letterboxd, nicht nur in dem Jahr. Dieses Jahr finde ich es nicht so einfach, das Gute ist, dass jetzt hier ja schon so ein paar Bilder sind, wo man irgendwie sehen kann, was überhaupt drin vorkommt. Also ich glaube nicht, dass Oppenheimer und Barbie zumindest nicht auf Platz 1 sind, weil Letterboxd ist ja auch eher so ein bisschen artsy und da sind dann diese großen Mainstream-Filme, die werden auch in den Top 10 vielleicht mit drin sein, aber nicht auf Platz 1, das glaube ich irgendwie nicht und die hatten auch eher so einen Durchschnitt von 4,0, was gut ist, aber gibt es bestimmt noch was Besseres. Hier haben wir Poor Things, weiß ich aber auch nicht, ob das auf Platz 1 ist, von dem habe ich viel gesehen hier, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, ich weiß auch gar nicht mehr, was das für ein Film ist, aber da habe ich viel auf Letterboxd gesehen. Achso, Killers of the Flower Moon, weiß ich aber auch nicht. Talk to Me, es wird bei den Horrorfilmen wahrscheinlich auf Platz 1 sein, aber nicht insgesamt. Das hier ist, wie heißt die, Sandra Hüller, hier heißt nochmal dieser Film, weiß ich gerade nicht, aber ich glaube irgendwie, ich weiß es nicht so genau und von dem Rest weiß ich gar nicht, was das ist. Ich weiß nicht, wer diese Frau ist, ich weiß nicht, wer dieser Mann ist, was ist das da hinten für einen Alien mit einem Sonnenschirm? Vielleicht wird es noch im Laufe der Zeit klar, aber vielleicht kenne ich auch die Filme einfach nicht, ich weiß nicht mehr, was das hier für ein Affe ist. Und müsst ihr ja nicht auch irgendwo Spider-Man Into the New Universe, wie das nochmal heißt, sein? Das lieben doch auch alle. Naja, keine Ahnung. Wir gucken mal, das wird jetzt nämlich schon relativ bald enthüllt werden. Stimmt, wo ist der Junge, der Reiher? War der? War der da in dem Bild gerade? We formed fightclubs and feasted on franchise delights. We concentrated our zone of interest on the intricate web of humanity in all its brutality and beauty. We hoped to fall in love like in movies, but theory will only take us so far. So we jumped furiously into the world, dancing in theater aisles, marching on picket lines and taking people as we found them. Through it all, we were kin-kennaff. Barbie-Anspielung. Okay. Genau, es gibt auch noch ein Personalized Summary. Will ich mir auch noch angucken. Ich weiß noch nicht, ob in diesem Video oder in einem anderen. Mal gucken. Die Illustration gerade war von Julie Olivi. Sehr cool immer. Okay. Hier sehen wir die Kategorien. Also Highest Rated Films ist eigentlich das Wichtigste. Aber dann gibt es das noch. Nach Genre unterteilt. Most Popular Films. Highest Rated by Category. Women Directors. Ganz viel. Das werden wir alles sehen. Weiter geht's. Highest Rated. Based on more than 341 million ratings cast by our members in 2023. These are the highest rated films overall by Jean and in other categories. And a highest rated film is... Ich bin ja ein guter Moderator für die Oscars, oder? Wenn ich auch gut Englisch hier rede. Ihr könnt für mich voten. Die suchen noch. Stimmt nicht. Egal. Okay. Ich hab's doch gesagt. Hä? War der auf dem Bild da, auf dem ersten Bild mit drauf? Ja gut. Hätte ich doch... Ich hab jetzt ja auch gar nicht geraten. Ich bin ja völlig dumm. Naja, aber ich hätte's auch nicht gewusst. Okay. Der war nämlich Teil 1. War glaube ich auch auf Platz 1, als der damals rauskam. Bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Das jetzt Teil 2. Auch auf Platz 1 ist der bestbewertesten Filme aus dem Jahr 2023. Spider-Man Across the Spider-Wars. Ich hab den noch nicht gesehen. Muss ich gestehen. Den ersten hab ich gesehen. Ich fand den auch cool, aber... Ich raste da jetzt nicht so aus, dass ich das irgendwie in irgendeiner Bestenliste hätte. Aber vielleicht bin ich auch komisch. Aber es ist natürlich cool. Also schon der Look ist cool. Und diese mega schnellen... Das passiert ja alles ganz schnell. Das ist ein richtig hyperaktiver Film. Und das ist mal eine richtige Comic-Verfilmung. So muss irgendwie eine Comic-Verfilmung aussehen. Aber irgendwie... Am Ende bin ich dann da doch nicht so mega geflasht von wie anscheinend die meisten. Aber guck mal, ein Durchschnitt von 4,5. Es freut mich auf jeden Fall für diesen Film. Obwohl... Bei dem ersten hat's mir noch mehr gefreut. Der zweite hätte jetzt nicht auch noch auf Platz 1 sein müssen. Das ist ja langweilig. Aber gucken wir mal, was auf den anderen Plätzen ist. Poor Things. Oh, krass. Okay. Ich wusste, dass der irgendwie weit oben sein wird. Aber Platz 2. Okay. Da bin ich sehr gespannt drauf. Der ist ja, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht draußen. Nee. Der kommt dieses Jahr. Von Yorgos Lantimos. Der auch The Favourite oder The Lobster und sowas gemacht hat. Killing of a Sacred Deer. Darum finde ich das sowieso interessant. Emma Stone ist interessant. Und hier Hulk. Ich vergesse immer noch seinen Namen. Ich bin sowieso schlecht in Schauspielernamen. Aber, ähm, hier, Willem Dafoe ist ja auch noch mit dabei. Also, den Film will ich unbedingt gucken. Und ich habe auch sehr viel Gutes gehört. Der wird sehr verrückt, glaube ich. Aber das ist ja gut. Okay. Oh, ein Oppenheim ist doch so weit oben. Cool. Finde ich gut. Der war bei mir auch auf Platz 3. Ey, Leute. Ich bin genauso wie Letterboxd. Tja, cool. Ja, aber das finde ich gut. Ähm, 4,3. Oh, was hatte der eben für einen Durchschnitt? Auch 4,3. Okay. Okay, cool. Interessant. Und hier sehen wir den Rest. Das passt live. Den meinte ich eben bei der... Ich habe gerade auf dem Bildschirm gezeigt. Bei der... Ähm, ja, bei diesem Bild. Ähm, der hat mich aber dann irgendwie doch nicht so interessiert, dass ich ihn mir nicht auf die Watchlist gesetzt habe. Aber ich... Kam mir so ein bisschen langweilig vor. The Hole Dovers hingegen. Äh, habe ich viel Gutes von gehört. Und der Trailer war auch echt cool. Den habe ich mir auch auf die Liste gesetzt. Monster hingegen habe ich noch nie gehört. Und das ist nämlich auch die Sache, dass bei Letterboxd immer in diesen Listen sind immer auch Filme mit bei. Von denen hat man vorher noch nie gehört. Und danach hört man auch nie mehr was davon. Weil die halt auch immer schon ein bisschen sehr arzy sind. Äh, was ich jetzt nicht schlimm finde. Also ich finde darum die Seite interessanter als IMDb zum Beispiel. Aber manchmal denkt man dann auch, ja, okay, wenn man danach und davor nie irgendwas von diesem Film hört, dann so toll kann er dann auch nicht sein. Das ist dann wohl sehr Indie oder so. Ich gucke es mir mal an. Kann auch sein, dass es noch kommt, dass man noch davon hören wird. Vielleicht bin ich auch in der falschen Bubble. I don't know. Monster. Zumindest Schröck hat die noch auf seiner Watchlist. Also scheint das dann vielleicht noch in Deutschland auch noch zu kommen. Are they the ones we dream of or the ones we fail to see a month? Okay, keine Ahnung. Something is wrong with the sun. Okay, irgendwas mit einem Lehrer. Okay. Das ist etwa was mit Missbrauch zu tun. Okay, keine Ahnung. Godzilla minus one ist in dieser Liste. Das hätte ich irgendwie nicht erwartet. Aber da habe ich auch Bock, den zu gucken. Ich bin eigentlich nicht so der Mega-Godzilla-Fan, aber ich fand der Trailer dazu, sah schon ziemlich cool aus. Anatomy of a Fall. Das ist der Film mit Sandra Hüller. Den will ich auch unbedingt noch gucken. Kein deutscher Film übrigens. Ja, Killers of the Flower Moon. War auch klar, dass er drin ist. Ich fand den irgendwie okay. Ich bin eigentlich voll der Scorsese-Fan. Aber irgendwie hat er mich überhaupt nicht emotional mitgenommen. Oder ich fand ihn auch nicht spannend. Es war cool, das zu sehen. Es war handwerklich wie immer geil bei Scorsese. Es macht Spaß, den Schauspielern zuzugucken. Aber irgendwie involviert in die Geschichte war ich überhaupt nicht. Ich fand es auch nicht spannend. Ich war jetzt auch nicht gelangweilt, aber ich saß das am Ende und habe gedacht, ja, ist ein Film. Auf Platz 10 des Perfect Days. Oh, habe ich so lange überlegt, ob ich den auf meine Watchlist machen soll oder nicht. Von Wim Wenders. Und es geht irgendwie um einen Typen, der Klos sauber macht, öffentliche Klos. Und das war es irgendwie. Also es ist ein Film, mit dem nichts passiert. Was auch cool sein kann, aber auch langweilig sein kann. Und ich habe mich dann am Ende doch nicht getraut und habe ihn nicht auf die Watchlist gepackt. Und vielleicht ist es ein Fehler, wenn er hier auf Platz 10 ist. Vielleicht mache ich ihn noch hinterher drauf. Mal sehen. The Iron Claw auf Platz 11. Irgendwie so ein Wrestling-Film. Wrestling interessiert mich weniger als 0%. Und selbst, da spielen coole Schauspieler mit. Und damit meine ich nicht Zac Efron, sondern Jeremy Allen White. Aber auch wenn es vielleicht eigentlich nicht um Wrestling geht, sondern um die Familie oder was weiß ich. Sportfilme interessieren mich allgemein nicht. Und vor allem Wrestling. Kann ich mich nicht angucken, selbst wenn der Film mega toll sei. Da muss mich irgendwer zu zwingen. So, das ist wieder was, was ich nicht kenne. Rice Boy Sleeps scheint wieder was Asiatisches zu sein. Set in the 90s, a Korean single mother raises her young son in the suburbs of Canada, determined to provide a better life for him than the one she left behind. Okay, habe ich auch noch nie gehört. Und, oh, The Zone of Interest. Das ist doch, glaube ich, das, wo irgendwie die... Ja, so kann man dann auf Auschwitz. Rudolf Höss and his wife Hedwig strive to build a dream life for their family in a house and garden next to the camp. Die Beschreibung ist schon so krass. Also ich glaube, den werde ich mir auch angucken. Von dem habe ich auch zumindest schon gehört. Auch mit Sandra Hüller übrigens. Okay. Ich würde die Liste jetzt gerne noch mit den anderen drei sehen. Finde ich aber auf jeden Fall irgendwie eine coole Liste, würde ich mal sagen. Ich fände es irgendwie, obwohl ich hier Dings Poe Things noch nicht gesehen habe, fände ich es irgendwie cooler, wenn der auf Platz 1 wäre. Ich habe ja gar nichts gegen die Spider-Man-Filme, aber es ist irgendwie so langweilig, dass schon wieder, dass der schon wieder auf dem ersten Platz ist. Aber naja, denn wenn er gut ist, dann ist es halt so, ne? Kann man nichts dran ändern. Und ich habe ihn auch noch, ich habe ja beide noch nicht gesehen. Aber auch cool, dass Oppenheimer so weit oben ist. und interessant, dass Barbie gar nicht drin ist. Aber das ist irgendwie auch richtig so, finde ich. Okay, weiter geht's. Ein Video-Message. The Cast and Crew of Across the Spider-Verse react to being number one. Ich will das jetzt nicht alles ganz gucken, das könnt ihr euch dann ganz angucken, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass Letterboxd ist in den letzten Jahren immer bekannter geworden. Und weil die jetzt auch angefangen haben, so Interview-Formate zu haben. und inzwischen hat Scorsese ein Letterboxd-Account, Mike Flanagan und das macht dann auch Spaß, denen zu folgen. Und solche Videos entstehen ja auch nur, weil die ein bisschen bekannter geworden sind. Das freut mich auf jeden Fall für Letterboxd. Genre-Winners. Aha. Godzilla. Veröffnet das. Okay, finde ich witzig. Er ist geschockt von dem Ergebnis. Okay, Highest-Rated Action Adventure ist Godzilla minus one. Okay, ich bin irgendwie, also ich habe gesagt, ich bin kein Godzilla-Fan, ich habe aber auch Godzilla vs. Kong im Kino geguckt, als er rausgekommen ist. Und das war ein richtig geiles Erlebnis. Der Film ist halt kompletter Quatsch. Das ist wirklich völliger Schwachsinn. Also ich habe gelacht an Stellen, wo man eigentlich nicht lachen sollte, aber es macht einfach mega Spaß, sowas im Kino zu gucken. Und der ist ja auch auf jeden Fall ein bisschen ernster und ich habe da Bock drauf. Aha, hier ist gar nichts auf The Galaxy. Interessant, dass der auch gar nicht in dem Top Ten vorkommt, wie ich ja schon in meinem anderen Video gesagt habe. Finde ich das aber gut. Aber okay, ja, bei Action Adventure, der kann ruhig über John Wick sein. Ah, das ist wahrscheinlich hier wieder so ein indischer Blockbuster. Giga Thunder XX. Ich glaube, der kam auch bei dem Kino Plus Best of vor. Was ist da unten? Hier ist noch irgendwas. Ist das wieder sowas Indisches? Ja, das ist echt interessant. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus in dem Bereich. Mission Impossible ist auch hier drin, finde ich schön. Äh, Was? Das ist ja, das ist Sun in Concrete. Wie geil. Also, Sonne und Beton. Deutscher Film. Das ist ja geil, dass der da drin ist. Äh, habe ich noch nicht gesehen. Wie ihr seht, ist der auf meiner Watchtion und würde ich unbedingt gucken. Und war der nicht auch von irgendeinem Podcast-Typen? Äh. Felix Lobrecht, genau, hat der mitgeschrieben. Also, crazy, dass der da drin ist. Finde ich cool. Was ist das? Achso, auf welchem Platz ist der? Sieben, auf Platz Sonne und Beton. Äh, Platz sieben Sonne und Beton. Io Capitano? Nie gehört, okay. Das ist, 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 ist das italienisch oder was? Ja, okay, italienisch. Also, hier ist auch international, deutsch und italienisch direkt hintereinander. Indisch, nicht zu vergessen. The Animal Kingdom. Oh, geil. Oh, das finde ich gut. Warum ist der nicht auf meiner Watchlist? Okay, gut, dass ich das sehe, aber eigentlich dachte ich, ich hätte den auf meine Watchlist gepackt. Ich mach's jetzt mal. Oder verwechsel ich den mit irgendwas? Nö, genau. Da hab ich nämlich mal irgendwie zufällig den Trailer gesehen. Irgendwie verwandeln sich Tiere in Menschen. Quatsch, andersrum. Aber der sah richtig gut aus, weil er sehr, sehr irgendwie so echt und es es war nicht so wie so ein Superheldenfilm, sondern eher so Indie-artig und das hat mich ja sehr gut einfach nur vom Look auch gefallen. Und da hat man schon beim Trailer irgendwie so Feelings gehabt. Also finde ich interessant, dass der auch gut sein soll. Und das Plastinus The Hunger Games. Wollt ihr mich verarschen? Da kam wohl nicht genug Action- oder Adventure-Filme raus dieses Jahr. Entschuldige, ich hab den nicht gesehen. Ich kann mir da nichts drauf einbilden. Aber ne, da hab ich überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, okay. Highest-Rated Comedy. Poor Things gilt auch als Comedy. Finde ich gut. Das sieht auch schon lustig aus, was man da sieht. Ähm, The Holdovers wieder. Auf Platz 2. There's still tomorrow. Das sagt mir jetzt gar nichts, denn der ist auf Platz 3. Okay. Wieder Italy. Post-War Italy. Okay. Könnte interessant sein auf jeden Fall. Barbie auf Platz 4. Okay. Ja, bin ich okay. Bottoms habe ich auch schon ein bisschen was von gehört. Äh, ist irgendwie so ein bisschen Coming-of-Age mäßig, glaube ich. Movie about empowering women. Haben wir jetzt auch genug gesehen? Sorry, hab ich nicht gesagt. Rye Lane, kenn ich nicht. Two twenty-somethings, both reading from bed, breakups connect over the curse of an eventful day in South London. Oh, Schrott gibt dem vier. Rom-Com anscheinend. Okay, finde ich, hört sich interessant an. Da habe ich irgendwie auch überhaupt nichts mitgekriegt. Ein Mann mit Taubenkörper. Ne, ist das eine Taube? Do not expect too much from the end of the world. Guter Name auf jeden Fall. Sieht aber auch so aus, als wäre das ein Film, den keine Sau kennt, ehrlich gesagt. Naja, 5,2K haben es geguckt. Also hier sind jetzt sehr viele Filme, die ich alle nicht kenne. Fallen Leaves, Are You There, God, It's Me, Margaret und Yannick. What the fuck, was sind das alles für Filme? Okay, den würde ich mir nochmal angucken. Discovering Who You Are is a journey that lasts a lifetime. Lifetime. Oh, da ist unser Tyler wieder. Naja, I don't know. Da interessieren mich jetzt eigentlich nur diese beiden und dieses Rye Lane. Mal gucken. Okay. Drama. Oppenheimer auf Platz 1. Monster auf Platz 2. Erinnerte mir auf der Fall 3. Kilders of the Flower Moon auf Platz 4. Secret Days auf Platz 5. Was ist das nochmal? Achso, Perfect Days. Das ist wieder das von Wim Wenders. Iron Claw. Also viele Dramen in den Top 10. Rise Boy Sleeps schon wieder. Zone of Interest. Also das ist ja fast die Top 10-Liste. Also bis Platz 8 sind die alle in den Top 10. Sowieso. Also große Drama-Fans bei Letterboxd. Society of the Snow. Das, äh, ach ja, das ist auch interessant. Denn das ist von J.A. Bayona, der auch das Waisenhaus gemacht hat. Einer meiner Lieblingsfilme. Irgendwie Leute, die im Schnee abstürzen. Auch eine Neuverfilmung gab es anscheinend schon mal. Aber okay. Und dann haben wir hier noch Twelve Fail. Es ist schon wieder was Indisches zu sein. Okay. Äh, ja. Ich hab das hier übrigens jetzt auch die ganze Zeit gar nicht gelesen. Imagine if Nolan took the writing urgency of the social network and fused it with a beautiful but harsh invasion of visuals a la Terrence Malick. The result is Oppenheimer. Okay. Fantasy zählt natürlich auch Poor Things, wie man hier sieht. Also das ist viel vertreten. Fantasy, cooles Genre, aber da gibt's ja eigentlich auch immer gar nicht so viele Filme. All of Us Strangers. Was ist das nochmal? Ach so, ja. Den hab ich auch viel gesehen auf Letterboxd, dass der gar nicht in den Top Ten ist. Der kommt, glaub ich, auch noch in Deutschland erst raus. Äh, ja. Könnte interessant sein, aber ich weiß es nicht so genau. Aber All of Us Hurt, All of Us Hope, All of Us Love, das hört sich schon emotional an. Barbie, ja, okay. Kann man auch als Fantasy bezeichnen. La Chimera. Aha, Tino gibt vier Sterne. Das sieht irgendwie so ein bisschen, könnte lustig sein, aber es ist ja Fantasy, okay. Naja, keine Ahnung. Ich warte immer bei solchen Filmen dann, dass man die auch mal außerhalb von Letterboxd hört und dann kann ich entscheiden, ob ich die gucken will. Nanapakai Neratu Mayakam. Humanist Vampire Seeking Consenting Sociedal Person. Entschuldigung, den Titel finde ich ja schon lustig. Okay, Sascha ist a young vampire with a serious problem. She's too sensitive to kill. Ja, ich bin jetzt nicht Ultra-Vampir-Fan, aber könnte lustig sein. Was haben wir hier? The Civil Dead Dream Szenario. Oh, das ist doch mit Nick Cage. Der ja irgendwie gerade so auf dem aufsteigenden Ast ist und darum, und vor allem, wenn der Film so gut bewertet ist, habe ich da echt Bock drauf. Und was kann der nochmal? Was hat der? Der hat irgendeine Fähigkeit. Find his life turn upside down when millions of strangers suddenly start seeing him in their dreams. Genau so war das. Das finde ich interessant. Nicolas Cage finde ich interessant. Und was ist das? Wahrscheinlich sein erster Film. Nein. Ach, Sick of Myself. Okay, interessant. Dungeons & Dragons. Das hätte doch ruhig höher sein können. Ey, echt bei Fantasy. Bisschen höher hätte der doch sein können. Und da ist Esbo is Afraid. Den will ich auch noch unbedingt gucken. Aber der ist ja auch eher so 50-50 wird ja aufgenommen. Also ich glaube, manche hassen den, manche finden den geil. Aber Ari Aster, das muss man sich eigentlich angucken. Und Joaquin Phoenix sowieso ist, glaube ich, mein Platz 1 Lieblingschauspieler. Ich liebe den Trailer. Ich habe ja hier schon mal mit dem Trailer geredet. Ich vergebe für mich selbst, das könnte ich auch mal als Video hier machen, ich vergebe immer einen Oscar, meinen persönlichen Oscar, an den besten Trailer des Jahres. Und da ist Boo is Afraid, der Trailer kam, glaube ich, schon vorletztes Jahr raus, hat den gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch. Boo is Afraid, du hast mal einen Oscar gewonnen, von dem du nichts weißt. Okay, ja. Das ist interessant hier, eine interessante Liste. Horror. Horror finde ich auch immer interessant. Ich bin eigentlich schon ein Horror-Fan, aber ich finde, es kommt alle fünf Jahre ein guter Horror-Film raus. So ungefähr. Talk to Me könnte dazugehören. Ich habe ihn noch nicht gesehen und ich habe sehr viel davon gehört und ich finde ihn sehr, sehr, sehr interessant. Ich habe da mega Bock drauf. Und wie ich, da habe ich zumindest richtig geraten, er ist auf Platz 1 beim Horror. Wow. Den will ich unbedingt noch gucken. When Evil Lurks. Aber hier sieht man auch, der Platz 1 Horror-Film hat nur einen Durchschnitt von 3,6. Also kann er mit den anderen nicht mithalten. When Evil Lurks. Den Namen habe ich auch schon überall gehört. Und hier, die bewerten den auch alle ganz toll. Aber ist der jetzt schon in Deutschland draußen? Nee, ich glaube nicht. Soll auch sehr krass sein und brutal und so. Worum geht es denn? Residents of a small rural town discover that a demon is about to be born among them. This happened to my friend Rick. Okay. Bei Horror werden jetzt auch wieder viele Sachen können, die man nicht kennt. Infested. Oder auch Vermines. Caleb is about to turn 30 and has never been lonelier. Ja, das ist echt ein Horrorfilm. He comes home one day with an unusual spider and accidentally lets it slip away. Doch, irgendwas habe ich davon mal gehört. Tino gibt nur zwei Sterne. Ach, darum habe ich davon gehört, weil er das hier bewertet hat. Aber Tino hasst auch gerne Filme und liebt indische Filme. Viele Grüße an Tino Hahn. Wir kennen uns nicht. Okay. Sleep. Habe ich jetzt noch nie gehört. Sleep. Habe ich jetzt noch nie gehört. Worum handelt sich genau dabei? Okay. Was ist das Koreanisches vielleicht? Details. I need details Korean. Something awakens. Hört sich gut an. I don't know. Das sieht wieder indisch aus. Das sieht vor allem aus wie so ein typischer Zombie-Cover hier. Nur, dass es Menschen sind. Roman Cham. Also, ich weiß nicht. Bei diesen indischen Filmen komme ich irgendwie noch nicht rein. Reacher Brett. Wow. Scream ist da sogar mit bei. Da sieht man mal, wie tief diese Listen sinken. Ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe den ersten Scream gesehen und keinen anderen. So Slasher interessiert mich nicht. Vincent Must Die haben wir hier noch. Birth, Rebirth, The Passenger und Huserer. Kenne ich alles nicht. Ist bestimmt scheiße. Romance. Da ist Past Lives auf Platz 1. Ja, also ich hatte, ich habe auch, ich lese immer die Cinema und da war der eher als langweilig beschrieben und ich fand auch, den Trailer hat mich jetzt nicht so gecatcht. Mal gucken, ob ich den vielleicht doch noch irgendwann gucke. aber, also ich bin mal auch Romance nicht abgeneigt. Es gibt ja auch gute Romance Sachen. All of Us Australia zum Beispiel, der interessiert mich irgendwie schon ein bisschen mehr. Rylane, das, achso, das ist auch das Bild, was auf dem Dingsbums war, auf dem Cover. Ja, doch, der interessiert mich schon allein, weil Schröck dem vier Sterne gegeben hat. Der ist bestimmt auch in Deutschland noch gar nicht draußen. Was ist dit? The Taste of Things? Ist das nicht irgendwie so ein Kochfilm, der, nee, okay, eher so ja, aber es ist nicht der, der nicht lache. Jesus fucking Christ, this made me so fucking hungry. Das ist irgendwie gerade in, ne, seit The Bear und so. Weiß nicht, ob das aus dem Nichts ist. Also The Bear finde ich geil. Fallen Leaves, Soulmate, The Blue, Kaftan, Slow, Falling in Love, Like in Movies und The Nature of Love. Okay, den Namen finde ich witzig, darum gucke ich mir das nochmal an. Film Adaptation Writer wants to secretly write his first original screenplay about his true story of falling in love with someone who has recently become a widow. What the fuck? Bisschen Adaptation-artig, ne? Aber hört sich witzig an. Okay. Haben wir noch mehr Genres? Ja, Science Fiction. Poor Things ist in drei dieser Genres vorhanden, aber okay, ist halt so. Godzilla ist Science Fiction? Okay. Gut. Guys of the Galaxy, natürlich. Da ist wieder Animal Kingdom. Ich bin immer noch sehr verwundert, warum das nicht auf meiner Watchlist ist. Ich habe das irgendwie übersehen. Hunger Games. Oh, The Clone Tyrone. Shin, Kamen Rider, kenne ich nicht. Asteroid City, ja gut, ist natürlich auch Science Fiction. Aber interessant, dass der nirgendwo anders, also irgendwie nicht bei Drama oder Comedy drin ist. Ich habe da so viel Gutes von gehört, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ich bin immer sehr langsam. Darum ist sowas dann auch nicht in meiner Top Ten Liste. Concrete Utopia und die Artifische. Okay, äh, interesting. Interesting. Aber das macht mir Hoffnung auf Animal Kingdom. So, das waren die Genres. Jetzt kommen die Women Directors. Among those who held off 50 highest rated films, 14 women were in the director's chair. This is a significant jump from just eight last year and is close to a 2020 high of 16 women directors. Halt trotzdem ultra wenig. Aber krass. Ja, dann gucken wir doch mal, was die so abgeliefert haben, die Damen. Aha. Anatomy of a Fall ist auch von einer Frau. All Your Faces. Ach, das war auch genauso wie Past Lives ein Film, wo ich überlegt habe, ob ich den gucken will und mich dann dagegen entschieden habe. Wo irgendwie Leute mit, äh, so ja genau, Safe Space Dialogue between Offenders and Victims. Irgendwie war mir das dann ein bisschen zu langweilig. Barbie, natürlich, Greta Görig. Tränke Lacken, La Chimera, Bottoms, The Peasants, Peasants, Rye Lane. Ja, okay, interessant. Ist alles, ähm, sehr, so Drama und Comedy-lastig, hab ich so das Gefühl. Ja, was die Frauen da so abliefern, aber sollen sie mal machen. Wer ist eigentlich Celine Song? Achso, ja, okay, ist natürlich Koreanisch oder sowas. Okay, was ist das jetzt? High-rated Documentary Women Directors, okay, Documentary interessiert mich jetzt nicht so mega, ich gucke hier mal kurz durch. The Wiggles, was ist das? The Story of the Wiggles? It felt like a warm hug to hear their story and see how they preserved through so many chronic health problems, mental and physical. Ist das eine Kinderband oder was? Ah ja, Backstage Pass to the Global Phenomenon the Wiggles. Ach die, das sind die mit dem Zebersteifen, die haben doch auch Hey Jude und sowas geschrieben. Ah ja, das sind die. Most popular Women Directors, natürlich Barbie. Saltburn, den hab ich irgendwie auch hier vermisst, weil da hab ich so viel von gehört, aber anscheinend ist er nur popular und nicht so mega beliebt. Außerdem kam er ja irgendwie Ende letzten Jahres raus. Und da spielt auch mein guter Freund, stimmt nicht, aber den ich auch in meinem letzten Video erwähnt habe, Barry Keoghan, die Hauptrolle. 3,5 Sterne. Ah ja. Was? The Cocaine Bear? Ja gut, der war popular, aber den hassen alle. Five Nights at Freddy's, oh Gott, das ist von einer Frau? Interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass eine Frau sich so eine Scheiße ausdenkt. Okay, Entschuldigung. Oh, Priscilla, den will ich noch gucken, denn ich liebe Sophia Coppola. Das ist Filme. Interessant, dass das aber in den Analysten gar nicht aufgetaucht ist. Ach so, Totally Killer, ne, kein Bock. Theater Camp kenn ich nicht. Ja, interessant. World of Cinema, in the words of the great traveler Bella Baxter, there is a word to enjoy, traverse, circumnavigate. This year we do away with the international feature category and widen the map with six new regional sections to spotlight more of your highest rated from around the world. Plus a special focus on Canada which had a particularly excellent year in film. Okay, weiß gar nicht, was jetzt auf uns zukommt. Highest rated African film. Ach so, das ist jetzt einfach nach, okay, das ist ja irgendwie ganz cool. Gut, da kühle ich mir jetzt nicht alle an, ich kenne natürlich nichts davon. Das soll ja so ein bisschen mal den Blick auch auf andere Länder richten. The Blue Captain ist bestimmt gut. Monster, ah ja, das ist jetzt Asian. Ja, Asian ist natürlich, da kennt man dann schon mehr. Monster, Godzilla, one perfect day und The Boy and The Heron, hier ist er endlich. Den gucke ich morgen im Kino, ich bin sehr gespannt drauf. Dann werde ich euch eines Tages davon berichten. Und die anderen kenne ich jetzt nicht so, aber interessant, dass man aus Afrika gar nichts kennt und hier zumindest die ersten vier Plätze. Dann haben wir European, oh, da werden wir hellhörig. Ah, poor things, stimmt, Jorges Lantimos ist sehr Grieche. Was ist denn Anatomy of the Fall? Da spielt zwar Sandra Hüller mit, aber es ist glaube ich ja kein deutscher Film. Nein, es ist, wo steht das denn eigentlich? Details. Frankreich, französischer Film. The Zone of Interest, ist das ein deutscher Film? Das interessiert mich jetzt. Ich drücke immer auf Crew. Polen, UK und USA, okay. Was ist auch was für Strangers? Entschuldigung, jetzt muss ich das alles durchgucken. UK und USA, okay. Das ist mir egal. Das ist wahrscheinlich Spanisch. Oh, Your Faces ist völlig französisch. Close Your Eyes kenne ich nicht. La Chimera, das war italienisch. About dry grasses. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Was ist denn mit Sonne und Beton? Na gut, dann waren die anderen wohl noch besser bewertet. Die kamen ja auch in den anderen Listen vor. Okay. Schade, das wäre cool, wenn jetzt hier Sonne und Beton drin wäre und kein einziger deutscher Film ist in dieser Liste. Das kann ja wohl nicht sein. Machen die Deutschen etwa blöde Filme? Ja. Ja. und hier das einzige Mal, dass der nochmal vorkommt, heißt Rated North American Film. Ja gut, das sind jetzt natürlich die Bekannten. Das hätte man auch weglassen können. Das macht ja jetzt ja gar keinen Unterschied, außer dass da Nimona noch mit drin ist. Naja, okay. Ach, Rise Boy Sleeps ist ein amerikanischer Film. In Past Lives auch. Das verstehe ich alles nicht. Naja. Ozeanischer Film. Was bedeutet das? Of an Age. Mhm. Heißt das ist South American Film. Tränke lauken. Simon. Simon wahrscheinlich. Oh, was ist denn When Evil lurks? Ach stimmt doch, dass er auch natürlich südamerikanisch. Okay. Gut. Spotlight on Canada. Rise Boy Sleeps. Ach so, den haben die zu nordamerikanisch im Hinzu gezählt. Aber ich hätte jetzt gedacht, das wäre sowas wie koreanisch oder so. Aha, dieser Vampir Film ist auch aus Kanada. Blackberry. Fand ich leider, sah der Trailer so scheiße aus. Und mich interessieren auch so Company Filme überhaupt nicht. Ich finde auch richtig nervig. Ähm, okay, ja, okay, interessant, interessant. Diese Länderkategorie ist nämlich jetzt eigentlich nicht so. Kategorie Winners. So, das ist immer was, was uns hier interessiert. From stunning directorial debuts to the comedy specials that crushed an extraordinary year in an animation and the best of the year's short films who have more winners. Ja, okay, interessiert mich vielleicht doch nicht. Kommt auf die Kategorie an. This year we've given music docs and concert films their own spotlight so that each category dances to its own beat. Decade on we also take a look at how you rate the top films of 2013 today. Okay, interessant. Highest rated animation. So, Spider-Man natürlich. So, da wird, gut, ich hab den jetzt noch nicht gesehen, aber ich liebe Hayao Miyazaki und da hätt's mich jetzt echt gefreut, wenn der noch einen Platz höher wär. Aber ich hab da auch schon unterschiedliches von gehört. Den Möhl finden jetzt nicht alle so mega gut. Also bin ich mal gespannt, wie ich den morgen finde. Blue Giant sagt mir nichts. Nimona interessiert mich zwar auch nicht so, aber hab ich auch viel von gehört. The Peasants, das war ja auch schon in irgendeiner anderen Liste, hab ich gar nicht gecheckt, dass das animiert ist. Oh, ist so der Animations-Style? Crazy. Ja, ich muss sagen, ich bin nicht so der mega Animations-Film-Fan. Ich mag's, wenn's mal irgendwie anders ist, auch so wie Spider-Man auch, so vom Look. Ich mag überhaupt nicht die Disney-Animations-Filme, die sind hier auch Gott sei Dank nicht vertreten, glaub ich. Pixar ist für mich immer eine sichere Bank, das guck ich immer meistens. Und, äh, aber ich weiß nicht, so jetzt auf, das ist mir dann doch irgendwie zu kindermäßig. Detective Conan ist da mit drin, stimmt, Anime, hab ich da jetzt mal rausgenommen, Anime guck ich schon. Das guck ich jetzt hier auch nicht, aber interessant, dass der so gut bewertet ist. Vielleicht soll ich den mal gucken. also ich, Detective Conan ist so meine, eine meiner Lieblings-Kindheits-Animes. Und wenn jetzt mal, den kann man doch bestimmt auch so gucken, wenn man den Rest nicht mehr geguckt hat, oder? The Fast and Furious Franchise wishes to make a movie as fun and ridiculous as this. Ich glaube, ich überlege, ich guck den mal, einfach mal so zwischendurch. Finde ich mal interessant, was aus Detective Conan so geworden ist. Wenn der überhaupt schon in Deutschland erschienen ist, muss ich mir merken. Interessant. Okay. Das ist das, Documentary. Bin jetzt auch nicht so der Mega-Documentary-Gucker. Höchstens mal so eine Doku-Serie habe ich komischerweise immer mehr Bock drauf, als auf sowas hier, auf so einen ganzen Dokumentar-Film. Das sagt mir so auch alles gar nichts. Keine Ahnung. Okay. Was? Jetzt muss ich mir das doch angucken. How to save a dead friend? My user is 16 and like many Russian teenagers is determined to end her life. Okay. Das ist mehr. 20 days in Mariupol. Okay, jetzt checke ich erst, was auf Platz 1 ist. Okay, ja, das, das zieht mich alles zu sehr runter. Jetzt haben wir hier Highest-Rated Narrative Directorial Debuts. Ja, das finde ich auch immer interessant. Debütfilme. Passleis, habe ich ja zufällig eben noch geguckt, was sie noch gemacht hat. Femin, was ist das eigentlich? Das kam ja auch eben bei den Animationen. Ach, Mars Express, da habe ich ja tatsächlich schon was von gehört. Da ist Schröck auch großer Fan von und Tino. Ich finde, also dieser Art-Stil spricht mich leider nicht so richtig an. aber scheint ja gut zu sein. Blue Jean, das Vampir-Ding ist auch ein Debüt. Okay, ja. Live-Action-Short. The Wonderful Story of Henry Sugar ist ein Kurzfilm? Das habe ich ja gar nicht gecheckt. Ich habe mich schon gewundert, warum zwei Wes-Anderson-Filme in einem Jahr rauskommen. Es wurde nie gesagt, dass das ein Kurzfilm ist. Ist das überhaupt, stimmt das oder lügt Letterboxd? Das muss ich jetzt kurz googeln, weil das habe ich überhaupt nicht verstanden. Der stand auch in der Cinema drin und da stand nichts davon, dass das ein Kurzfilm ist. ist ein Kurzfilm von Wes-Anderson. Das habe ich ja überhaupt nicht verstanden. Warum sagt das denn niemand dazu? Also, ich habe den noch nicht gesehen, logischerweise. Aber ich hatte den die ganze Zeit auf meiner Watchlist und habe nicht verstanden, dass das ein Kurzfilm ist. Wie lange geht der denn? 40 Minuten. Zählt das noch als Kurzfilm? Okay, das ist ja, das stand auch nicht im Trailer oder irgendwo. Das kann man mir doch mal sagen. So. Okay, aber gut, dass ich das jetzt auch gelernt habe. Was ist das? Vor Clean? Ah ja gut, Kurzfilme interessieren mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich mag auch keine Kurzgeschichten. Aber ich meine, 40 Minuten, das geht ja schon wieder. Da kann ja noch was erzählt werden. Also den werde ich, vor allem weil er von Wes Anderson ist, werde ich mir den angucken. Der Rest ist mir egal. Once Upon a Studio Highest Rated Animated Short interessiert mich dadurch natürlich noch weniger. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr wollt. ich nicht. Scavengers Rain habe ich schon was von gehört. Was ist das? Narrative Miniseries. Ja, da habe ich auch durch Schreck von gehört. Fährt es übrigens niemand, ich weiß wer das ist. Das ist der Moderator von Kino Plus. Und das habe ich ja auch noch gar nicht gesagt, dass man bei Letterboxd, falls jemand Letterboxd nicht kennt, dass man da ja auch, das ist ja eigentlich wie ein Social Network. Man kann seinen Freunden folgen, gucken wie die Filme bewerten und man kann auch Filmkritikern folgen, so wie ich das auch mache. Ihr könnt auch mir folgen. Ich heiße Sohn der Lehre und den Link findet ihr in der Beschreibung. Ja, okay, ich finde der Stil sieht ähnlich aus wie bei diesem Mars-Ding, was wir da eben hatten. Aber ein bisschen mehr interessiert mich das hier sogar. Vor allem, weil es auf Platz eins ist. Weiß nicht, ob es das überhaupt schon in Deutschland gibt, aber das interessiert mich schon. Das scheint, Pluto sieht auch irgendwie, jetzt kommen auch viele so Anime-Sachen. Roboter. Auf Anime habe ich immer mal wieder Bock und vor allem auf so Serien. Okay, das werde ich mir glaube ich alles mal merken. Was ist das? Okay, das muss ich mir jetzt alles mal kurz angucken. Moving. Hä? Achso, es geht ja gar nicht um Animationen. Das sind so zufällig zwei Animes auf Platz eins der Miniserien. Okay, das ist eine koreanische Miniserie. We can be heroes or monsters. MCU, your days are numbered. Sowieso. Okay, diese Miniserien interessieren mich jetzt gerade alle. Twinkling Watermelon. Habe auch alle noch nie irgendwas von gehört, ne? Child of Deep Adult. Okay. Beef. Oh ja, da habe ich schon was von gehört. Das habe ich auch noch auf meiner Watchlist. Small Light. Risk Everything. Okay. Muss ich mir jetzt leider alles angucken. Scott Pilgrim Takes Off. Da habe ich zum Beispiel irgendwie nicht so Bock drauf. Also ich liebe Scott Pilgrim den Film, aber mir das jetzt nochmal animiert anzugucken, ist irgendwie vor allem nicht in diesem Style. Also das interessiert mich einfach nicht. Guck mal, wie viele Animations- Miniserien hier drin sind. This World Can't Tear Me Down. Das finde ich aber schon witzig. Stil. When an old friend returns to the neighborhood Zero Calcare wants to help him find his place back in the world but what's the right thing to do? Was ist das? Wer ist Zero Calcare? Muss man den kennen? So, dann haben wir hier noch Fellow Travelers. Ich kenne ja gar nichts. Love is dangerous. This is like Oppenheimer for gay people. Okay. Und Daily Dose of Sunshine. Wieder Korea. Okay. Ganz viele koreanische und animierte Miniserien. Scheint Letterboxd großer Fans von zu sein. Also da interessieren mich auf jeden Fall Scavengers Rain und dieses Pluto. Mal wollen ich mir mal einen Trailer angucken und Beef auch. Ich weiß nicht, ich glaube der Rest. Mal gucken. Doku Doku Miniserien interessiere mich zumindest mehr als Doku Filme. Was ist das? The History of the Minnesota Vikings. Okay, gleich wieder uninteressant, weil es ist Sport. Chimp Empire, also irgendwie über Affen. Ich bin auch nicht der größte Tier Doku Fan und wenn dann gerne über verschiedene sowas wie unsere Erde oder so. Aber ich will mir nicht ganz viel über Affen angucken. Smartless on the road. Three friends, one podcast tour. Achso, okay, das ist wahrscheinlich für Podcast Fans von diesem Podcast, den ich nicht kenne, aber Jason Bateman Will Annette. Okay, interessant. Cool, dass sie sich immer noch kennen. Ist bestimmt cool. Also das ist der Development. Go Beckham Gott hier Dings. Okay, ja, das ist das Einzige, was mich interessieren könnte. Was ist das? Life on All Planet. Das ist doch schöner Tier Doku, gute alte Tier Doku. Life's extraordinary journey to conquer adept and survive on Earth across billions of years comes alive in this groundbreaking nature Dok Doku Series. Das finde ich echt interessant. Das kann man immer so beim Kaffee mal eine Folge gucken. Das mag ich. Das werde ich mir merken. So, Comedy Special. Bin überhaupt kein Stand-Up Fan, muss ich leider sagen. Mit so ganz ganz wenigen Ausnahmen wie Bo Burnham oder so. Aber darum kenne ich da irgendwen von. Das sagt mir alles nix. Oh, Highest Rated TV Movie or Special. Okay, auch interessant. das beruhigt mich sehr, dass Attack on Titan hier drin ist. Ich habe heute, eben gerade bevor ich diese Aufnahme gestartet habe, angefangen die letzte Staffel Attack on Titan zu gucken. Die habe ich mir die ganze Zeit aufgespart. Und ich hatte, ja, also ich mache da bestimmt nochmal ein Video drüber, aber die erste Hälfte, das wurde ja alles aufgeteilt, das nervt mich richtig. Und die erste Hälfte hatte ich schon geguckt, weil ich noch dachte, das wäre das Ende. Und dann habe ich am Ende gecheckt, dass die das aufgeteilt haben. Und ein Jahr später dann Teil 2 der letzten Staffel rauskommt. Danke. Das hat mich richtig genervt. Und jetzt habe ich das angefangen zu gucken. Ich weiß nicht, ob ich es mag, weiter zu gucken. Aber es beruhigt mich, dass dieser Film, mit dem das endet, hier auf Platz 1 ist. 4,4 Durchschnitt, okay, das ist schon gut. Das macht mir hoffen, dass das doch noch ein gutes Ende hat. Weil wenn Attack on Titan es noch hinkriegt, das Ende gut zu machen, weil den Anfang der der letzten Staffel fand ich nicht so gut. Wenn die es noch hinkriegen, das gut zu machen, dann ist die beste Anime Serie aller Zeiten. noch gut wird. Die Owl House. Oh, das Coole ist, ich bin auch immer auf der Suche nach neuen Animes, weil da habe ich nicht so eine gute Quelle. So bei Filmen habe ich Kino Plus und Letterbox und die Cinema, aber da kommt Anime nicht so mega viel vor. Okay, ich habe nichts gesagt, das sieht richtig scheiße aus. Entschuldigung, ist bestimmt ganz toller, aber das sieht einfach Animes. Das sind ja auch alles gar keine Animes. Aber guck mal, das ist doch kein guter Style, oder? Seht das jemand gut? Das muss ich jetzt aber dadurch alles mal durchklicken. Nochmal was ist denn das? Was ist The Owl House? Ich bin aber auch echt nicht so richtig drin. Ah ja, der Doctor Who Film habe ich auch davon gehört. Aber ich kenne mich überhaupt nicht mit Doctor Who aus, aber naja, da müsste mir Julia jetzt erklären. Achso, es kamen mehrere Doctor Who Sachen raus. Ich steige da nicht durch. Ich wollte es auch immer mal anfangen. Julia wollte mich immer mal dazu zwingen. Vielleicht macht sie das ja in unserem Podcast. Metalocalypse. Army of the Doomstar. Okay, was ist das? Man erkennt nicht so genau den... Ist das da eine Gitarre? After the rescue of Toki Wartooth Death Clock Frontman Nathan Explosion finds himself traumatized in a brutal professional and romantic flat spin all while he is tasked with fulfilling the prophecy and confronting the ultimate songwriting challenge. Write the song of salvation and save the planet. Okay, ja, ich glaube, das ist Quatsch. Das ist wahrscheinlich irgendeine Metal-Serie oder so. Ich bin jetzt nicht so der Metal-Fan. Ich liebe Band-Animes, aber sowas wie Beck finde ich ganz cool. Harley Quinn, ne, diese ganzen DC-Comic-Sachen habe ich auch keinen Bock. Ich bin irgendwie negativ so die ganze Zeit. Ja, okay, das ist Adam Eve, also das ist ja im Invincible. Invincible ist richtig geil. Ach, genau, und das ist irgendwie so eine Special-Prequel-Episode, die vor noch der zweiten Staffel, ist die zweite Staffel eigentlich schon draußen. Ey, das muss ich unbedingt noch gucken, weil Invincible, die erste Staffel fand ich richtig gut und dann werde ich das hier natürlich auch gucken und wenn die zumindest auf Platz C noch ist, ist ja schön. Highest-Rated Music Documentary. Okay, ich gucke nur mal, ob da irgendeine Band mit bei ist, die ich kenne. Was ist das? The Elephant Six Recording. Wham! Bruno and The Edge. Das sind das für mich, das interessiert dann ja logischerweise nur, wenn man irgendwie die Band kennt oder gut findet. Und das ist jetzt gerade bei mir nicht so. Renaissance Film bei Beyoncé. Konzert Films. Okay, ich dachte, Taylor Swift wäre vielleicht sogar auf Platz 1. Ja, das interessiert mich jetzt auch nicht. The Weekend, Seventeen Tour, Follow to Japan. Was ist das alles? Ich kenne das alles nicht. Hannah Wadding Sham, Home for Christmas, Imagine Dragons, Ryuichi Sakamoto. Interessiert mich alles nicht. Oh, Flashback to, okay, das finde ich jetzt sehr interessant. Da müsste ich jetzt mal als Vergleich meine 2013er Liste hervorkramen, wenn ich die noch habe. Weil Prisoners ist da bei mir auch auf jeden Fall auf Platz 1. Ich mache das jetzt. Okay, ich habe sie auch jetzt mal aufgemacht, da können wir die gleich vergleichen. Aber das ist natürlich Grank Now, ne? Die Top 5 ... So war das damals, genau, das ist jetzt das 2013er Year-Review, man kann die nämlich auch noch alle nachgucken, was mich sogar auch interessiert, das könnte ich auch mal irgendwann machen. Das war sozusagen die Bewertung damals, 12 Years a Slave auf Platz 1, wo ist Prisoners? Ist gar nicht da drin, das ist ja mega interessant. Okay, und jetzt ist Prisoners auf Platz 1, mit den heutigen Bewertungen ist es ganz anders. Und man sieht, dass Letterboxd einen sehr starken Fokus auf so koreanische oder zumindest asiatische Filme hat. Das finde ich irgendwie auch cool, aber manchmal ist es auch ein bisschen störend irgendwie, weil ich finde, diese Liste gibt ein bisschen mehr so das wieder, was man auch selber dann irgendwie kennt. Gravity, Her, Wolf of Wall Street, Django, Insert Llewyn Davis, diese Filme habe ich wahrscheinlich auch alle in meiner Liste. Ich gucke jetzt mal. So, guck mal, ich habe Gravity auf Platz 1, Prisoners habe ich sogar nur auf Platz 2. Stimmt, ja, doch, das würde ich vielleicht immer noch so machen. Evil Dead habe ich da drin, das hat hier natürlich keiner, okay. Wolf of Wall Street, Her, All is Lost würde ich heute da nicht mehr reinmachen, da ist auch 12 Years a Slave. Captain Phillips, haben die da Captain Phillips doch da auf Platz 10. Bo Burnham Watt, eben schon noch erwähnt. Ja, okay, der Hobbit würde ich da jetzt auch nicht mehr reinmachen. Aber das hier ist doch eine coole Liste und aus heutiger Sicht sind dann halt einfach lauter koreanische Filme da mit drin. Ja, okay, kann man machen, aber irgendwie finde ich das eine komische Liste. Das sind das alles für komische Filme, das ist alles mir zu Azi auch, nicht nur koreanisch, sondern kommt mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, Glitterbox. Nein, ich liebe euch alle. Aber eine coole Kategorie fand ich das gerade. Most popular. Popularity takes many forms like a lock or a list edition becomes as much a part of a film's conversation as the rating and reveal you give it. In the 2023 the dolls broke out of their boxes, the genie blew out of the bottle and you bid farewell to the galaxy's guardians from January to May to December. You marveled at Bo, John Freddy, bla bla bla, the most popular for the year and by month based on the volume of community activity. Das mache ich jetzt schnell durch. Es ist jetzt hier schon über eine Stunde, oder? Nee, aber fast. Weil most popular ist jetzt auch nicht so mega interessant. aber die Hauptliste auf jeden Fall, die ist auf jeden Fall interessant, weil die haben das gleich nochmal in Monate unterteilt aus irgendwelchen Gründen. Barbie, ja, das wusste ich, das ist nämlich auch der erfolgreichste Film des Jahres. Dann leider erst Oppenheimer, ich fände es cooler andersrum, aber egal. Okay, Spider-Man, Guns of the Galaxy, Super Mario Brothers Film, Soulburn, Asteroid City, Bottoms war so popular, okay, populare als Killers of the Flower Moon und da ist auch schon wieder der Hunger Games. Okay, interessant, also da sieht man, das ist das Filmjahr, wenn man so an die bekanntesten Filme denkt. Ist so irgendwie so ein mittleres Filmjahr, würde ich mal sagen, ne? Ich finde es jetzt nicht, nicht so ein geiles Filmjahr war das eigentlich. So, und das ist jetzt, ach so, most popular documentary, Pamela, habe ich gar nicht mitgekriegt. Still, ist das jetzt alles? Der Hitchhiker, den hassen ja alle komplett, diese Doku. will ich auch gar nicht gucken. Da gucke ich mir lieber noch 20 Mal den Schmoyoho-Song davon an. Bla, 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 okay, interessant. So, jetzt ist das nochmal nach Monaten sortiert. Das ist, ich finde, das kann man so kurz überfliegen, es ist interessant, wie sich das so gewandelt hat. Da waren natürlich noch im Januar alles Filme aus dem Jahr davor. The Menu, Ant-Man, Scream, Super Mario, es hat sich bis jetzt noch nicht lange gehalten. Oh, das ist auch Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons hat es nie nach oben geschafft, das ist auch das Problem. Der ist nämlich eigentlich richtig geil, aber den kennen vielleicht gar nicht so mega viele und man denkt dann so, ja, wie ich auch gedacht habe, der ist gar nicht so geil. Guardians, Spider-Man, Barbie, Barbie, okay, da ist mal ein Film, der sich länger gehalten hat. Da ist Bottoms, Killers of the Flower Moon, und Oppenheimer war ja gar nicht nie auf Platz 1 in den einzelnen Monaten, aber dafür dann insgesamt auf Platz 2. Crazy. Danke, Games. Und jetzt Soulburn, ja, das habe ich auch mitgekriegt, dass der über den viel geredet wurde. Okay, Intermission. Äh, ja, jetzt, ähm, okay, achso, Entschuldigung, ist das interessant? Mouse Read Journal Stories, achso, da geht es um irgendwelche Blog-Einträge und so von Letterboxd selbst, das sparen wir uns jetzt mal. Most Watched YouTube Video, okay, das interessiert mich erstmal kurz. For Favorites with Emma Stone, okay. Ja, das kann man sich ja dann nochmal angucken. Hier in Numbers, ich bin überhaupt kein Zahlentyp, Koordinatin, interessiert mich jetzt einfach gar nicht, das geht einfach an mir vorbei. More Numbers, okay, interessant, gut. Letterboxd Member Martin Scorsese gained 311.000 New Followers, das finde ich dann schon witzig. Oh, und 20% aller Filme waren aus 2023. Popular Reviews, das ist jetzt auch irgendwie zu viel, aber ich finde es eigentlich schon interessant, aber das kann ich jetzt auch nicht alles durchlesen. Ich lese mal eines der kürzeren vor von The Boy and The Heron von David Sims. Spend some of the movie worried it was gonna be too hard to pin down or aiming at too many topics at once, barraging the viewer with inventiveness at the cost of coherence. What a fool I am. Miyazaki knows exactly what he's doing and the ending is so wonderful and shattering. Okay. Ach, das ist hier Popular Favorable Reviews und Popular Unfavorable Reviews, interessant. Zum Beispiel zu Fast X, the worst movie I've seen all year. I will be first in line to the premiere of Fast 11 and 12. Gutes, gutes Review. Reviews we loved, also einfach von der Letterboxd-Redaktion ausgewählt. Okay. Ich hoffe immer, ob es kurze gibt, aber auch zu Filmen, die ich kenne. Okay. Popular Lists, Selection of new and 2023 lists our community loved the most. Neo-Expressionism, the forgotten studio style. Female rage, but shows some representation for women of color too. Japanese films that feel like literature. Weirdo movies for beginners. Okay, das ist ganz witzig. Companion films. Companion zu was? I'm just a girl. Dirtbag Dykes. Feeling lost in your 20s. Das wäre eine Liste für mich. Ich bin zwar nicht mehr in meinen 20s, aber ich mag solche Filme. Slice of life cinema but good. Mike's Likes. Oh, Mike Flanagan. Favorite Horror Movies von Mike Flanagan. Der hat es hier reingeschafft. Das ist ja cool. Lists We Loved nochmal. Selection of our favorite list published in 2023. Hä? Was war das jetzt? Achso, das war popular. Okay. Ich dachte irgendwie kurz, das wäre auch von Letterboxd ausgewählt. Krass, dass Mike Flanagan so viel da, dass es so popular war. Cool. Ich dachte immer, Mike Flanagan ist gar nicht so bekannt. Forgotten gems that should be talked about. Actors playing their parents in a movie. Actors playing their parents. in a movie. Okay. Das ist nicht gut. Actors who played their real life parent or grandparent in a movie. Blond. Okay. Okay. Ich bin gerade irgendwie dumm. Actors who played their real life parent Achso, hä? Aber was soll das denn Walk the Line bedeuten? Joaquin Phoenix spielt doch nicht seinen Vater. Habe ich da irgendwas nicht verstanden? Naja. Ich bin vielleicht auch dumm. Naja. Rawest movie titles of all time. Rawest movie titles. Okay, was findet der Raw? Crimes of the Future. Bringing out the Dead. The Blood of a Poet. Okay. No Country for Old Men. Apocalypse Now. Just Two Guys and We're Having a Bad Time. The Queer Film Guide Directors Cut. Stylized Animated Heaven. Ethereal Ambient Beautifully Photographed Horror. Movies Where the Sex Scenes and Nudity Actually Serve the Plot. Okay, das finde ich interessant. Wo ist das denn so? Irgendwas. Ich muss ja erstmal was finden, was ich kenne. Zeig mir nur die, die ich kenne. Das kann ich hier, glaube ich, irgendwie einstellen. Hier. Show Watched Films. Achso, ich erkenne die Poster alle nicht, weil er die Poster alle geändert hat, oder was? Was ist denn das hier? Under the Sun? Den habe ich gesehen. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ach, Under the Skin. Okay, Entschuldigung. Ja, okay, man kann bei Letterboxd auch so andere Poster nehmen, aber das ist voll verwirrend, weil, wenn man diese Poster schon so kennt, dass ich jetzt diese ganzen Filme nicht erkenne. Okay, gut, ja, gut bei Boogie Nights. Das stimmt. Power of the Dog. It follows. Ah, okay, gut. Movies to watch during breakfast. All you need to make a movie is a girl and a car. Okay. Ja, hier kann man jetzt nicht so Countdowns, das sind dann irgendwie so Zusammenschnitte von Fans, die irgendwie ihre Lieblingsfilme von 23 in so einen Clip geschnitten haben. Interessiert mich nicht, aber vielleicht euch ja. Das ist jetzt, jetzt kommen auch immer geile Sachen. Order in the Court, the characters who took the stand in 2023. Also da haben sie dann geguckt, was sich so in 2023 irgendwie angehäuft hat. und hier ist es zum Beispiel, dass anscheinend Gerichtsszenen viel vorkamen. Zum Beispiel bei Oppenheimer, Anatomy of a Fall, Dump Money, Killers of the Flower Moon stimmt. Also ist nur ein kleiner Teil, aber okay, interessant. Interessant. Weiterer Trend. All of us teachers, the professors of your dreams and your nightmares. The teachers launch, den habe ich auch auf der Watchlist. The Holdovers ja sowieso. Dream Scenario, das ist auch ein Lehrer, ja. Okay. Girls independent, independent, the feminine, the feminine, feminine of reshaping your isolation into liberation. Ja, da ist ja auch Poor Things, genau. Priscilla, Barbie. Dying to dance, Disco down to, or dance montage for 2023. Okay, ich will da jetzt keine rechten Probleme haben. Das finde ich aber eigentlich schon interessant. Das sind wahrscheinlich einfach alle Tanzszenen aus 2023 zusammengeschnitten. Das, guckt euch das mal an. Title Trends, how to guide for cinephiles, read the titles for a bleak story, how to fall in love by Christmas, how to have sex, how to create a sex scandal, how to, wat, ich kann das nicht lesen, how to deal with a heartbreak, how to become a cult leader, how to blow up a pipeline. Das finde ich sehr witzig, dass das alles rausgekommen ist. Poster Trends finde ich auch immer sehr interessant. Blood and Bones, snow white titles, stepped and spattered with artery red. Ich finde das so witzig, wie sowas entsteht. Okay, ich gucke mir das auch mal mit meiner Frau an, und dann haben wir gesagt, legen wir immer fest, was ist das beste Poster? Einfach nur vom Poster her finde ich am besten, finde die alle nicht so toll, ehrlich gesagt, Cocaine Bear. Der Film ist zwar scheiße, aber das sieht irgendwie cool aus. Aber ich würde mir nichts davon aufhängen. Guck mal, da stehen einfach nur zwei Leute, was ist das für ein langweiliges Poster? Naja, weitere Poster Trends, talk to the hand, cause the face is looking through the years Poster Trends. Viele Hände auf Postern, was ist das? Wie entsteht sowas? Finde ich witzig. Very witzig. Und Sand. Und es kam nicht mal Dune raus dieses Jahr. Kenn ich aber auch alles nicht, außer Asteroid City. Und One Sheet Wonders. Ach, einfach Favorites, Filmposters. Okay, das finde ich jetzt interessant. Haunting in Venice. The Killer. Okay, die sind schon besonders, wenn ich mir jetzt eins davon aufhängen müsste. Vielleicht The Killer. Oder Fingernail. Naja gut, The Killer würde ich mir vielleicht eher aufhängen, aber Fingernails finde ich irgendwie am besondersten. Interessant. The Change Up. The Ten Most Customized Films. Genau, man kann irgendwie, ich glaube, seit diesem Jahr, also seit letztem Jahr, wenn man mehr bezahlt, die Poster ändern von den Filmen, die einem angezeigt werden. Ich finde es eigentlich auch cool, weil das sind echt, das sieht jetzt alles mal anders aus. Echt interessant. Dungeons & Dragons ist auch witzig. Aber dafür bezahle ich jetzt nicht mehr. Ich bezahle sowieso schon, das kostet nur 16 Euro im Jahr, ich finde, das können wir mal machen. Aber man müsste noch mehr bezahlen dafür. Auch Infinity Pool sieht ja auch richtig cool aus. Das sind coole Poster, die finde ich alle cool. In Memoriam, a Video Tribute to Those We Lost. Ach echt, der ist gestorben, weiß ich gar nicht. Mache ich jetzt auch mal irgendwie aus rechten Gründen nicht. Finde ich aber auch interessant. The Most. And finally the films, actors and directors that claimed your attention in 2023 and those whose work you are most anticipating in 2024. This year we debut a new category highlighting the films where your hearts beat strongest and another far too slow debut. This is the first time a woman has entered our Most Watched Directors List. Hi Greta. Okay, ja, das finde ich auch immer sehr interessant. Most Watched Actress. Margot Robbie. Ja, das kann ich verstehen. Issa Rae kenne ich nicht. Florence Pugh ist immer in dieser Liste. Weil die auch einfach cool ist. Catherine Hahn ist auch sehr oft in dieser Liste. Helen Mirren. Tilda Swinton. Glaube ich jedes Mal in der Liste. Ayo Edebiri kenne ich nicht. Lucy Boynton. Auch nicht. Ariana Greenblood. Ach, ist das, die ist von Hunger Games, dem neuen, oder? Nein. Okay, habe ich verwechselt. Avengers und Barbie. Okay. America Ferrara, die war auch bei Barbie. Okay, interessant, ja. Ja, also so Margot Robbie, Florence Pugh und Tilda Swinton wären von denen so meine Favorites, aber ich kenne auch manche von denen nicht. Es gibt übrigens auch natürlich noch eine personalisierte so Statistiken für einen selbst. Das wird dann aber ein neues Video, weil wir sind schon über eine Stunde jetzt. Most Watched Actor, Jason Schwartzman. And it's Jason's first time in the top spot too. Oder steht ja noch was drunter, aber schnell bei ihr. Margot steps onto the days for the first time. Okay, witzig, dass der auf Platz 1 ist. Ryan Gosling. Hätte man vielleicht eher erwartet. Jack Waite. Okay, das freut mich für ihn. J.K. Simmons. Auch immer cool. Mikey Serra. Oh, cool. William Dafoe. Auch immer in dieser Liste. Matt Damon. David Dasmalchian. Finde ich auch cool. Oh, Asim Chaudhry. Kenn ich nicht. Und Ralph Fiennes. Ich kenne alle außer ihn hier. Müssen wir uns den doch mal angucken. Barbie. Der war bei Barbie. Der war wahrscheinlich einer von den Kenz, oder was? Und Garnets of the Galaxy. Okay, interessant. Ja, coole Liste. Von denen ist auf jeden Fall Michael Serra mein Liebling. Ach, aber da sind so viele. Die sind irgendwie alle cool. Ja, ich finde, echt alle gute Schauspieler. Director most watched is Christopher Nolan. This is Christopher's third win in this category. Ja, zu Recht würde ich sagen. Greta Gerwig. Wes Anderson. Martin Scorsese. David Fincher. Das sind halt die üblichen Verbrecher. Steven Spielberg. Francis Lawrence. Wer ist das nochmal? Ah. Entschuldigung. Der hat Konstantin gemacht? Das wusste ich ja gar nicht. Fand ich früher toll. Und Red Sparrow. Der war eigentlich auch ganz okay. Hayao Miyazaki. Oh, schön. Ruakim Dos Santos. Weiß ich jetzt auch gar nicht, wer das ist. Er hat keine Filme gemacht. Ach, ich hab Filter hier noch drin. Ich dachte, das geht dann automatisch wieder weg. Ach so. Spider-Man. Okay. Und Cam Powers ist wahrscheinlich, das sind ja glaube ich zwei Spider-Man-Leute. Ja. Okay. Ja, auch interessante Liste. Die letzten beiden kenne ich jetzt halt nicht so krass. Ich bin nicht so der mega David Fincher-Fan, muss ich sagen. Aber Spielberg ja sowieso. Spielberg, Scorsese, Miyazaki, Wes Anderson, Greta Gerwig. Mag ich eigentlich auch. Ich fand jetzt, also die hat noch bessere Filme als Barbie, aber ist auch cool. Most Watched Woman Director Greta Gerwig. Okay, finde ich gut, dass sie da selber lachen muss. Emma Seligmann. Emerald Fennell. Wer ist das denn nochmal? Ach, Promising Young Woman. Die hat auch Saltburn gemacht. Das wusste ich gar nicht. Sophia Coppola wäre meine Favorite auf jeden Fall. Emma Tammi, Charlotte Wears, Singing Song, Elizabeth Banks. Die hat aber Cocaine Bear gemacht. Lana Wachowski und Catherine Hardwick. Ja, da sind wir mal, ich kenne von denen drei. Nein, stimmt nicht. Vier. Fünf. Okay, ist doch gar nicht so schlecht von mir. Most Watched First Time Director. No Repeat Winners hier, Folks. Macht Sinn. Okay, das sind alles First Time Director, deshalb kenne ich die alle nicht. Ist okay. Und was haben wir? Most Obsessively Rewatched. Also, der Film is locked five or more times by the most members in diesem Jahr. Also, Barbie wurde ganz oft geguckt. Spider-Man. Was ist das plötzlich für ein Film? Red, White and Royal Blue. Hab ich schon mal gehört. Da ist schon wieder Tyler. Okay, Oppenheimer, Bottom, Scream, La La Land. Ha, da gehöre ich zu, den habe ich dieses Jahr auch geguckt. Puss in Boots soll ja auch ganz toll sein. Scream 1 habe ich aber nicht dieses Jahr geguckt. Und Top Gun, interessante Liste. Falling in Love like in Movies most hoards to views. Letterboxd hoard rate films with the highest ratio of likes to watches. Also, man kann ja bei Letterboxd auch immer so ein Herz geben, was nicht so ganz klar, was das eigentlich bedeuten soll. Weil wenn ich einem Film fünf Sterne gebe, dann ist das ja eigentlich auch wie ein Herz. Aber man kann das immer nochmal extra machen. Ich mache das immer, wenn ich einen Film mega mag, aber dem nicht fünf Sterne geben kann, weil er dann irgendwie doch nicht gut genug dafür ist, aber er trotzdem einen Platz in meinem Herzen hat. Zum Beispiel Once ist bei mir so ein Film. Und da ist Falling in Love like in Movies drin. Three of Us, Spider-Man, Godzilla. Okay. Was ist das? Low rated most loved. The films with a weighted average below 3,0 whose low ratings were accompanied by the highest number of likes. Das finde ich interessant. Da passt irgendwie auch Five Night at Freddy's rein. Ich habe überhaupt keinen Bezug zu diesem Spiel und ich habe auch überhaupt keinen Bock auf den Film, weil gruselig finde ich da gar nichts. Aber ja, irgendwie passt das, dass der schlecht bewertet ist, aber trotzdem viele Likes hat. Winnie the Pooh als Horrorfilm. Mac 2. Ant-Man in the Wars habe ich noch nicht gesehen, das traue ich mich noch nicht, weil den alle hassen. Flash, gar keinen Bock. Fast X, Cocaine Bear. Beautiful Disaster. The Nun 2. Und Choose Love. Also das ist eine Liste, da kannst du mich jagen mit dieser Liste. Also vielleicht mit Ant-Man, weil den werde ich mir noch angucken und wahrscheinlich werde ich ihn nicht mögen. I felt like I was at a concert with the amount of people taking flash photography the entire movie. The entire movie. At the end, people gathered in a circle and danced and it was the most bizarre thing I've ever witnessed. Anyways, movie was mid. Nefarius, was ist das? Most divisive. The films with the most even distribution of ratings between half a star and five stars. Okay, das finde ich auch immer sehr interessant. Das kenne ich aber alles nicht. Ah, Skinner Mering, das ist ein scheiß, Entschuldigung, aber so ein Kunstfilm. Ja, kann ich mir da gut vorstellen. Teen Wolf, The Movie, Perfect Edition, Five Nights at Freddy's. Okay, den hätte ich sogar noch höher erwartet, aber den Rest kenne ich hier auch gar nicht. Was ist das? My Thought. Okay. Und wir nähern uns dem Ende, das kommt nämlich immer am Ende. Most Anticipated in 2024. Das finde ich auch interessant. Dune Part 2, natürlich ist bei mir auch so, war natürlich auch im letzten Jahr schon hier, denn er sollte eigentlich letztes Jahr kommen. Das wird wahrscheinlich der beste Film des Jahres, habe ich so das Gefühl, aber mal gucken, was da noch kommt. Nosferatu finde ich auch sehr interessant. Habe ich auch Bock drauf, weil es ist von Robert Eggers, der The Dingsman hier, was meine ich, The Northman, The Witch, The Lighthouse. Ich würde nicht mal sagen, dass es irgendwie einer meiner Lieblingsregisseure ist, weil ich finde die Filme immer cool und die haben so eine eigene Style, aber ich finde sie nicht so, sind es trotzdem nicht meine Lieblingsfilme. Aber, dass der Nosferatu macht und hier der Schauspieler, der Pennywise jetzt im Neuen gespielt hat, spielt Nosferatu. Ich glaube, das könnte gut werden. Mickey 17 habe ich auch nur auf Letterboxd immer gesehen, dieses Poster, irgendwas mit Robert Pattinson. Deadpool 3, bin ich überhaupt kein Deadpool-Fan. Challengers, ist das, ich weiß, ist das, wer ist das? Doch, das ist Zendaya. Gut, interessiert mich schon allein wegen Zendaya. es geht glaube ich irgendwie um so ein Liebes-Dreieck oder so. Aber schon allein wegen Zendaya interessiert mich das. Joker 2 ist schon interessant, aber ich fand Joker ja auch mega gut. Aber, weiß nicht, muss man da einen zweiten Teil von machen? Andererseits soll das ja ein Musical sein und auf die Idee zu kommen, Joker 2 ein Musical zu machen, finde ich dann schon wieder gut. Furiosa habe ich auch Bock drauf, ich liebe Fury Road, ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe aber auch Angst, dass er das nicht nochmal so hinkriegt. Der Trailer sah irgendwie auch cool aus, aber irgendwie hatte ich auch ein komisches Gefühl dabei. Oh, das ist der Coen-Film neue, Drive-Away Dolls, allerdings nur von einem Coen-Bruder, finde ich aber auch interessant. Wicked Part 1, ne, nicht für mich. Und was ist das? Okay, das ist das Einzige, was mir nichts sagt. Ah, Ach, Matthew Vaughn, ne. Sorry, aber Matthew Vaughn finde ich echt nicht gut und der Trailer für diesen Film hat mich richtig angekotzt. Aber ja, gut. Crew Picks for 2024, I saw the TV glow. Okay, das ist einfach von der Crew gepickt und das sind auch immer Filme, die keine Sau kennt und die dann in dem Jahr auch niemand kennt. Na gut, Gladiator 2. Nachdem Napoleon nicht so, fand ich nicht so toll, habe ich jetzt auch nicht so die hohesten Erwartungen auf Gladiator 2. Wer soll denn da mitspielen? Paul, okay, kein, Denzel Washington, Pedro Pascal, also niemand von den ursprünglichen Leuten. I don't know. Der Rest sagt mir nix. Was ist das? Paddington. Was ist denn I saw the TV glow? Das ist doch der Sohn von Will Smith. Nein, ist er nicht. Haben wir gelernt. Teenager Owen is just trying to make it through life in the suburbs when his classmate introduces him to a mysterious late night TV show, a vision of a supernatural world beneath their own. In the pale glow of the television Owens view of reality begins to crack. Okay, könnte interessant sein. Sagt mir nix. Gut. Wants to watch. Diese Kategorie verstehe ich immer nicht. The highest rated films that were below our minimum ratings threshold. Ja, ach so. Ja, die machen immer, weil wenn es nur wenige gesehen haben und die alle fünf Sterne geben, das würde die ganze Statistik versauen. Deshalb haben die immer eine Schwelle und diese hier waren unter der Schwelle, aber waren gut bewertet, aber es haben halt wenige gesehen. Aber das sind dann halt auch meistens Filme, die man auch nie sehen wird oder will. Thank you very much and keep going to the movies. Das war's. Coda sehen wir hier nochmal. Und das, die Videos werde ich mir auch nochmal angucken. Ihr könnt das auch machen auf Letterboxd. Und das war's. Das war meine wunderttolle Reaction. Reaction. Ich fand, das hat mir aber Spaß gemacht. Und ihr seht, ich hab da jetzt über eine Stunde lang mir das angeguckt und auch wenn ich da keine Reaction dazu gemacht hätte, hätte das wahrscheinlich auch ungefähr so lange gedauert, weil ich mir das immer ganz genau angucke. Und ich werde es mir auch nochmal reinziehen mit meiner holden Frau zusammen. So. Wir sehen uns dann nächstes Mal. Ich weiß noch nicht mit welchem Thema. Entweder mit dem, es gibt nämlich noch meine persönlichen Statistiken und die wollte ich mir sowieso mal angucken mit euch. Nicht nur vom letzten Jahr, sondern auch allgemein. Oder ich hab ja auch noch meine Liste aus 2023 mit den besten Filmen, die ich zum ersten Mal gesehen hab. Diese beiden Themen werden als nächstes kommen. Ich weiß noch nicht, was als nächstes kommt. Ihr könnt schon mal drauf gehypt sein. und jetzt habt noch einen schönen Tag und rupft immer eure Möhren. Tschüss.